In diesem Augenblick entscheidet sich die österreichische Riesen-Coupis-Staatsmeisterschaft. Es gilt 5.19 zu schlagen. Die Anzeige! Jetzt kommt einer, der sich einen Namen erworben hat. Ein erfolgreicher Züchter. Thomas Wuchner mit seinem Kürbis und ich will euch jetzt runterzugehen. Wer ist Stefan? Jawohl! Der vorjahres Rekord ist eingestellt. Herr Mekker, geht's überhaupt noch? Riederberg, ganz in der Nähe. Quiddlich Mekker aus Riederberg. 3, 2, 1, los! Wir halten bei! Thomas Wunderski! Aber ein super zweiter Platz, ein würdiger Verlierer kann man gar nicht sagen. Wer wird österreichischer Riesen-Coupis-Staatsmeister 2016? Termin Vormerken 2. Oktober 2016 auf der Gartentulm. Es wird eine spannende Entscheidung! Unceto, unceto.